Das ist euer Champion. Die Schlacht beginnt. Mögen die Götter euch segnen. Als Grandmaster führe ich uns dorthin, wo wir die meisten Opfer finden. Diese Lammelassung wird sich als sinnvoll erweisen. Er ist angekommen. Am lebendigsten fühle ich mich, wenn mir der Tod bevorsteht. Die Schlacht beginnt. Die Schlacht beginnt. Hier ist eine RE-45. Champion in the Mutes. Falls jemand ein erweitertes Energie-Magazin braucht, hier wäre eines. Stufe 2. Hier ist ein Schrottentenverschluss. Stufe 3. Das brauche ich. Stufe 3. 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 Hier ist eine Optik. Für Scharfschützen. Achtung, es gibt eine neue Killspitzenreiter. Verwirrt, was? Neue Killspitzenreiter. Werfe Bogenstern. Ah, werde beschossen. Feuere. Muss nachladen. Ich habe hier Kontakt. Ich habe hier einen Bösen. Ich habe hier einen Bösen. Ich habe hier einen Bösen. Ich bin am Boden, lebe aber noch. Ich habe hier einen Bösen. Ich habe hier einen Bösen. Das Ziel ist direkt vor mir. Menschlichkeit. Das ist nur ein Wort. Heile meine Wunden. Carepaket wird ausgeliefert. Diese Carepakete werden wahrscheinlich das Delta zu unseren Gunsten verschieben. Sorge für medizinische Versorgung. Schilde laden sich wieder auf. Eine wilde Überraschung, ein ganzes Quad besiegt. Das ist es. Was ist das? 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 Die Hälfte des Quads wurde ausgeschaltet. Ich lebe noch. Was ist das? 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 Was ist das?